Was war der unpassendste Moment, in dem du deine Periode gekriegt hast? Ich war gerade erst auf einem Langstreckenflug von Deutschland nach Bali unterwegs und habe direkt nach dem Boarding einfach meine Tage gekriegt. Zum Glück habe ich aber immer ein kleines Perioden-Notfall-Kit mit meiner Perioden-Unterwäsche von Gotju dabei, die einfach so saugfähig wie sechs Tampons ist und ganz einfach auf der Flugzeugtoilette gewechselt werden kann. Ein echter Lebensretter.